Ja, hier ist wieder mal Ghoul HD mit Hawken. Ich habe jetzt gerade mal den Techniker ausgewählt, also Logistik, um meine Freunde zu rappen. Normalerweise wollte ich jetzt ja gleich nochmal ein Game machen mit Raider. Aber jetzt hier zum Start nehme ich mal ganz kurz die Logistik, wechsel dann aber danach natürlich auf den Raider um, um mit dem Raider nochmal mit den Waffen zu üben. Geht's los, geht los, geht los. Los, 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 los. Nice, Action. Also man kann hier, wie gesagt, die Freunde gegenheilen mit einem RAP-Modul. Komm, wo schießt was. Ich glaube, hier kommt das auch. Der Dicke, der Dicke, der Dicke, der Dicke. Ich bin schon wieder zu killgeil, weil als Techniker sollte man sich ja doch nicht zu weit vorwachen. Weil alleine ist man hier auch nur Schießfutter. Das ist da noch einer. Ah, der hat noch gelebt. Geil. Also mit der Karte müsst ihr aufpassen, ihr habt bei der Karte immer die roten Punkte, was Gegner sind. Und wenn bei dem roten Punkt... Wenn bei dem roten Punkt ein Pfeil nach oben ist, heißt es, der ist über euch. Und wenn ein Pfeil nach unten ist, heißt es, er ist unter euch. Schnell weg. Nein, 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 nein. Lass mich hoch. Ah, fuck. Oh, ich bin auf einer Spalte gefallen. Geil. Geil. Hier stehe ich im Schutz. Kann mich kurz reparieren. Lass mich mal wieder hoch. Oh, was ist das? Underdog-Bonus. Nein, ich bin überhetzt worden. Boah, da ist ein ganz Digger. Sorry, ich kann nicht weitermachen. Man muss halt echt mal aufpassen, dass man nicht überhitzt, weil dann kann man eine Zeit lang gar nicht so benutzen. Das ist dann jetzt richtig scheiße. Ja, ich bin schon wieder überhitzt worden. Ich habe gerade ein Archiv-Man bekommen, weil ich zu oft überhitzt bin. Geile Sache. Down. Das Techniker, wie gesagt, man ist eigentlich dauerhaft irgendwo dabei, irgendwen mal zu rappen und zu retzen. Oder auch, äh... Boah, ich wollte gar nicht runter. Das Ding nervt mich da gerade. Nein, 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 nein. Nein! Ach, schade. Hat er mich echt noch gekriegt? Okay, jetzt wechsel ich nochmal zu dem Vader. Um mit dem hier mal ein bisschen Action zu machen. Komm ich hoch? Ach, gerade so. Hoch, 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 hoch. Ja. Hä, wo kommen wir jetzt her? Da kommt gleich ein Gegner um die Ecke. Ja. Woa, weg, 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 weg. Nein, ich hätte es fast geschafft, ey. Scheiße. Der Speed-Bondus ist schon richtig krass. Aber hat mir jetzt hier leider nicht so viel gebracht. Na, der Vader ist halt dann so einer, der halt wirklich als Scout fungiert. Vorrennt, Damage macht, wieder zurückgeht. Hä? Über uns. Jungs, hinter uns sind die. Von der Seite schießt er noch. Nein, nicht nur von der Seite. Schnell. Ach, ich hätte es doch fast geschafft. Ich glaube, der Winkel war einfach zu weit, dass sie mich gesehen haben. Ey, was ein Match. Wir sind aber noch vorne. Also von daher geht es noch ganz gut. Also von der世界 betracht hat er nicht mehr. Aber ... ... ... ... ... Geschafft! Schnell, schnell, schnell! Ich muss weg! Boah! Ja, nach oben war wohl nicht die gute Idee. Vor allem nicht, wenn wir um 25 Mann stehen. Gefühlt. Schnell, schnell, schnell! Es ist mir leid so. Nein, wie der LVK als Erzfeind, weil er von oben runter snipert. Ich werde jetzt außen rumrennen und nach hinten angehen. Hatte sonst keinen Sinn hier. Oh, wir haben schon gewonnen. Team hat gewonnen. Ja, wunderbar. Ich komme langsam so ein bisschen klar. Also es geht. Aber wie gesagt, für mich immer noch wirklich Favorit der Asyl derzeit. Und mal schauen, nächste Map, nächste Mech, was da abgeht. Hinterlasst ein paar Kommentare zum Gameplay, wie ihr es selber findet. Ladet es euch mal runter, testet es einfach mal an. Bis dann.